Hallo Leute und willkommen zum Switch Talk, den ich ja eigentlich auf Twitter mehr oder weniger angekündigt habe. Eigentlich als Frage, aber ja, das interessiert ja kaum. Erstmal, vielleicht wird es Leute fragen, wo ist Splatoon? Da gibt es ja ein paar, ähm, ja, YouTube hat einfach sechsmal, sechsmal versagt, diesen Part hochzuladen. Es ist immer so bei knapp 60% stehen geblieben, beziehungsweise abgestürzt. Aber gut, von der Telekom erwartet man auch kaum was anderes. Zumindest nicht hier in meinem Lebensort. Aber gut, wir wollen ja eigentlich zum Thema kommen. Und zwar basiert das hier, also ich war nicht auf einem Switch Event oder so, leider. Es ist alles viel zu weit weg von dem, wo ich wohne. Und, ja, also das basiert hier alles auf, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, so drüber, alles. Ähm, ich habe mir Switch Trailer angesehen, ich habe Switch Videos so angesehen, ich habe Bilder gesehen, ich habe auf Twitter ein bisschen geschaut, Dom Tendo und so. Ähm, wo war ich noch, ja, die Ankündigung habe ich gesehen, also das große Ankündigungsvideo, den Trailer, äh, nicht den Trailer, die Livestream habe ich nachgeschaut und natürlich angesehen. Und, äh, ja, also, ähm, ich muss schon sagen, Nintendos Konzept über, ähm, ist irgendwie so genug krasser, als ich es mir vorgestellt habe. Und, äh, was die Switch so alles kann, sie wird von Anfang an in drei Versionen erhältlich sein. In Grau, in, also komplett Grau, dann einmal, ähm, mit dem linken Joy-Con Blau und dem rechten Joy-Con Rot. Und dann einmal in einer Zelda Breath of the Wild Version, höchstwahrscheinlich im Bundle-Pack. Und, finde ich eigentlich schon mal so ziemlich cool, ich mag die Rot-Blaue am meisten. Das sieht man vielleicht, wenn man mir auf Twitter folgt. Das habe ich dann nämlich gerade als Profilbild. Und, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich noch sagen wollte. Ja. Gut. Performance der Switch. Die soll krass sein, relativ. Wir wissen ja, Nvidia hat mitgearbeitet. Und dafür gibt es leider auch den entsprechenden Preis, nämlich 330 Euro in Deutschland, in Europa allgemein. In Japan kostet sie, umgerechnet, ich glaube, 280, also zwischen 270 und 280 Euro. Und in Amerika kostet sie 280 Dollar. Also wir haben dann wieder den krassesten Preis. Also, wer sich jetzt denkt, ich lasse mir das Ding aus Amerika importieren, bringt euch nichts. Das wird im Endeffekt sogar 340 Euro kosten, also nochmal 10 Euro drauf. Ship kosten halt, ne. Das Shipping hin und her. So. Also, in was für ein Paket kommt die Switch denn eigentlich? Falls das noch keiner von euch weiß, was ich nicht denke. Die Switch kommt in einem Paket, und zwar mit dem Tablet an sich, mit den beiden Joy-Cons. Mit der Docking-Station, einem HDMI-Kabel, natürlich dem Aufladekabel, das in der Docking-Station drin ist, das Power-Kabel. Dazu kommt der Joy-Con-Controller-Halter, dieses Ding da. Was sozusagen aus den Joy-Cons ein Pro-Controller macht. Dazu kommt sogar, habe ich gerade gesagt, ein Pro-Controller mit. Also, nicht nur das Ding, wo du die Joy-Cons reinstecken kannst, sondern ein richtiger Pro-Controller. Der ähnlich wie der GameCube-Controller ist, nur halt mit den anderen Tasten, die allgerecht groß sind. Mit den Joy-Con-Chargern, die werden so genannt, die laden aber nicht die Joy-Cons auf. Die sind einfach nur diese Halterungen für die S-Knöpfe. Komme ich gleich noch zu. Und ich glaube, das war's. Lasst mich überlegen. Ja, das sollte es gewesen sein. Also, es ist schon mal viel mehr, als bei Wii U zum Beispiel mitkommt. Und von daher hat sich der Preis dann auch schon wieder ausgebelangst, irgendwie so ein bisschen. Trotzdem finde ich es komisch, dass man in Europa immer noch den höchsten Preis hat. Ich meine, das ist die einzige erste Konsole von Nintendo, glaube ich, die überall rauskommt und in keinem Land gesperrt ist. Ich bin mir gerade nicht genau sicher mit dem überall rauskommen, aber sie ist auf jeden Fall nicht in einem Land gesperrt. Also, trotzdem, so ein kleines bisschen komisch. Gut. Als Release-Spieler werden Zelda Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe da sein. Das weiß ich nämlich schon. Splatoon 2, was für mich noch ein kleines bisschen nach Beta aussieht irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das Spiel einfach irgendwie noch nicht so ganz. Und die Musik ist weird. Die hört sich einfach nur komisch an. So leicht gruselig. Irgendwie, das kommt im Sommer raus. Mario Odyssey soll auch im Sommer rauskommen. Und was auch noch ein Launch-Title ist, ist 1-2-Switch. Und zwar ist das ein Spiel, was keinen Bildschirm beansprucht. Ihr habt richtig gehört. Ihr steckt das Tablet in euren Dock rein. Nehmt die Joy-Cons ab. Und jeder Spieler kriegt einen Joy-Con. Und dann gibt es zum Beispiel dieses Wild-Western-1-zu-1-Baller-Spiel da halt. Also, ich nenne es jetzt mal Baller. Also, man braucht halt einfach dieses Reaktionsspiel. Und die Switch gibt nach einer Zeit, also das Tablet an sich, gibt nach einer Zeit einen Ton ab. Und der, der am schnellsten das Ding zieht und auf, ich glaube, den Z-Knopf drückt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall einen Knopf drückt. Der hat dann halt gewonnen. Also, der hat dann den Gegner sozusagen abgeschossen. Aber nur virtuell. Also, man bringt mal wieder coole Konzepte mit bei... Das hat man bei der Wii. Da hat man sowas hier eingeführt. Gut, da brauchte man die Bildschirm eigentlich noch. Bei Wii Sports zum Beispiel. Aber die Spiele haben schon Spaß gemacht, finde ich. Und 1-2-Switch hat ja auch noch ein paar mehrere Minispiele. Von daher, denke ich mal, lohnt sich das Game. Das nächste ist, was ich auch noch geil finde. Also, jetzt geht's allmählich zur Konsole an sich und ihrer Beschreibung. Man hat mit der Konsole ja die Möglichkeiten, entweder 1080p 60 Frames auf dem Fernseher zu spielen. Ich glaube sogar mit 2 Teraflops. Ich bin mir nicht sicher. 2 Teraflops? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Die Zahl kommt mir gerade ein bisschen, äh... Komisch vor. Aber es sind auf jeden Fall für dieses Format an Tablet. Also, das ist ja gar nicht mal so groß, dieses Gerät an sich. War es auf jeden Fall eine sehr hohe Menge an Teraflops. Und ich glaube sogar doppelt so viel wie Wii U. Also, man kann... Auf jeden Fall mit einer sehr hohen Leistung. Spielen, wenn man das Ding im Dock drin hat. Oder man kann die Joy-Cons reinstecken und das Teil sich mitnehmen als Handheld. Und dann immer noch auf einem 720p 60 Frames Bildschirm. Auch noch mit einer relativ guten Performance schauen. Und der Akku hält eigentlich, naja... Ich würde mal sagen, sogar zu kurz. Also der ist ein bisschen sehr klein. Und zwar hält er je nach Spiel 2,5 bis 6 Stunden. Im Falle von Zelda Breath of the Wild, wenn ihr das jetzt unterwegs spielen wolltet, ihr hättet 3 Stunden Zeit, bis die Switch sich selbst abschalten würde, weil sie keinen Strom mehr hat. Aber dafür kann man aus dem Dock das Ladekabel ausbauen und mitnehmen. Oder ihr nehmt einfach euer Handyladestecker, da das Teil einen Stromanschluss von einem Micro, also einem USB-C verfügt. Das heißt, man kann sämtliches Ladekabel von den Indies neben da reinstecken und mit aufladen. So hat es eigentlich. Zumindest bei Android funktioniert das. Oder Samsung, weil Samsung hat eigentlich noch nie Ladekabel geändert, außer bei den Tablets. Da sind sie ein bisschen anders. Aber ja, mein Galaxy S4 zum Beispiel hat auch einen USB-C Stecker. Und mit diesem Kabel, was sogar vorteilhaft ist, da es 2 Meter lang ist, könnte ich theoretisch auch die Switch laden. Die Joy-Cons haben eine Akkuleistung von 20 Stunden, obwohl sie halt viel kleiner sind und sogar rein theoretisch gesehen mehr beinhalten, beziehungsweise mehr unterschiedliche Dinger. Das Tablet verfügt nämlich über sämtliche Nvidia-Hardware. Also, ja, äh, ich glaube, da ist ein Pascal-Chip drin. Und, also, Nvidia kennen höchstwahrscheinlich einige Leute, die machen schon krasses Computerzeug. Also, vor allem ihr Shield-Tablet zum Beispiel, ähm, was ja auch ähnliches Zeug drin hat, läuft supergut. Das könnte man so als Gaming-Tablet ansehen, obwohl es Gaming-Tablet, sowas ist unnötig eigentlich. Nvidia macht ja auch selber Controller, eigentlich, von daher sollten sie sich schon ein bisschen mit auskennen. Also, sollte ein Pascal-Chip mit drin sein, ähm, der Arbeitsspeicher ist hoch, relativ. Der liegt bei, ich glaube, ja, der liegt bei 4 GB Arbeitsspeicher, was für die Größe schon eigentlich relativ krass ist. Ähm, Wii U hat nur 2 GB als Vergleich. Und, ähm, dann haben wir den Bildschirm mit 10-Finger-Multi-Touch, also 10-Stellen-Multi-Touch. Ihr könnt eure ganze Hand da drauf pressen. Jetzt wird's alles annehmen, beziehungsweise mit ganzer Hand meine ich natürlich alle eure Finger. Könnt ihr da drauf pressen und das Ding wird's annehmen. Irgendwas Ölftes würde es natürlich dann rumspinnen, ist logisch. Aber ja. Multi-Touch, 720p, 60, das ist natürlich auch krass, ne? 720p, 60 FPS, 10-Multi-Touch. Für die Größe, mhm, das hat was, auf jeden Fall. Und halt, alles sämtliche, was man noch, äh, so an Hardware in einer Konsole braucht, ist in dem Tablet mit drin. Und, ähm, die Joy-Cons sind eigentlich relativ witzig. Wie gesagt, die sind ja um einiges kleiner, also zumindest von der Breite her. Ich glaub, die fassen nur ein Viertel des Bildschirms, ein Viertel, ein Fünftel, einer davon. Und, ähm, was die so alles drin haben, das sag ich euch jetzt so. Und zwar gäbe es da einmal die vier Knöpfe, A, B, X, Y, beziehungsweise die Pfeiltasten auf dem linken. Dann, den, also beide verfügen über einen Stick, der, ich glaub, sogar wieder einpressbar ist. Sollte er eigentlich, also wie bei Wii U oder Play-Controller haben das ja auch. Da kann man auch die, ähm, Sticks reindrücken. Dann verfügt das Teil über ein Home-Button auf der rechten Seite, beziehungsweise ein Record-Button oder Screenshot-Button auf dem linken Joy-Con. Beide Joy-Cons haben R und, also haben die normale Schulter-Taste und die Z-Schulter-Taste, heißt R, Z, R, Z, L und das normale L. Und, was haben wir noch so dabei? Genau, wir haben Gyro-Sensoren da drin. Dann haben wir 3D-Rumble. Das ist sehr interessant und eigentlich auch neu in einer Konsole, beziehungsweise in einer Nintendo-Konsole. 3D-Rumble hatten wir noch nie irgendwo. Wir haben einen 3D-Objekt-Sensor. Der, das finde ich krass, weil das ist wirklich neu, das ist das aller, allerneueste in der Switch. Der 3D-Objekt-Sensor, der weiß zum Beispiel exakt, wie ihr eure Hand formen würdet, wenn ihr jetzt zum Beispiel Schere, Stein, Papier spielt. Würdet ihr eure Hand zur Faust machen, erkennt das Ding das komplett. Also es kann sozusagen um eure Hand drumherum gucken, irgendwie sowas. Wir haben natürlich auch wieder den Standard-Infrarot-Sensor drin, den ihr seit der Wii haben. Ja, und dann gibt es noch auf beiden Joy-Cons die Tastet SL und SR. Und die kommen nur zum Vorschein, wenn man die Joy-Cons abzieht und in keinem Device stecken hat. Das sind nämlich die Teile, die auf den Steckschienen drauf sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Marka zu zweit spielt, hätte man die Tasten, ja, genau, hätte man die Tasten als Schuttertasten. Die anderen Schuttertasten sind, glaube ich, abgeschaltet dann. Kommt auch das Spiel drauf an, bin mir nicht sicher. Aber ich würde hoffen, wenn die abgeschaltet wären, weil man da ja seine Hand auflegt. Und dazu sind nämlich die Joy-Con Charger da, die ich vor knapp 10 Minuten schon mal angesprochen habe. Und wenn man die auf die Steckschiene tut, kommt man halt viel besser an die S-Tasten ran. Ja, also, die Konsole an sich hat ein geiles Konzept und allein dafür ist es schon wert, sich eigentlich diese 300 bis 330 Euro auszugeben. Nintendo ist sich noch nicht ganz sicher. Aber was mich leider so ein ganz kleines bisschen kümmert ist, dass Nintendo einen großen und von vielen Leuten meinungsnach falschen Schritt begeht. Und es geht darum, dass sie in den, ähm, naja, nicht mehr kostenfreien Online-Modo-Spool reinspringen, sage ich jetzt mal. Ja, man kann nicht mehr online spielen. Denn danach, also wenn man sich eine holt, hat man, äh, wenn man sich eine Switch holt, hat man, glaube ich, einen Monat frei. Und danach muss man für den Online-Modus bezahlen. Der Preis steht noch nicht ganz fest. Ich habe, ähm, Gerüchte gehört, dass der bei 9 Euro pro Monat liegt. Ich persönlich würde sagen, ich würde lieber pro Jahr zahlen. Und dann würde ich so, naja, zwischen 12 und 20 Euro ausgeben. So, äh, wie komme ich auf die Zahl 12? Naja, 1 Euro pro Monat, aber es hört sich ein bisschen wenig an. Gut, für die Leute, die alle auf die Switch gehypt sind. Das ist, ähm, naja, so wie ich es mir vorstellen kann, fast die ganze Welt. Beziehungsweise die das Geld dafür haben, natürlich. Leider gibt es ja auch Leute, die nicht das Geld dafür haben. Beziehungsweise, das liegt ja nicht an der Konsole, es liegt an dem Zustand der Länder und so. Und deren Ortschaften. Aber, ja, also, äh, es ist ein bisschen wenig, hört sich das an, 1 Euro pro Monat. Aber, wie gesagt, bei der Menge kann da schon was viel werden. Und wie komme ich auf die 20? Naja, da bin ich mir selber nicht sicher. Vielleicht sage ich auch 24, das wären jetzt 2 Euro pro Monat. Wow. Ich kann Mathe, oh mein Gott. Ja, aber, ähm, man kennt ja Nintendo eigentlich für super Spiele und einem unbezahlten Online-Modus. Also einen kostenfreien Online-Modus. Und dass Nintendo jetzt diesen Schritt geht, das kümmert mich leider so ein bisschen. Das verhaut für mich die Switch eigentlich auch schon, weil ich mir sicher bin, dass, äh, meine Eltern das Geld nicht sein würden. Aber eigentlich kann ich, ähm, ganz im Allgemeinen sagen, die Konsole kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn sie rauskommt am 3.3. Holt sie euch, mir auch scheißegal, wer zum Fanball seid, ihr holt sie euch, sonst, keine Ahnung, gibt's keine Kekse für euch. Kriegen nur die anderen Kekse, die sich eine holen. Und, äh, also ich kann sie eigentlich nur, ich bin sehr gehypt auf das Teil, denke, kann sie auf das, was ich gehört hab, jetzt nur noch empfehlen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, sonst kann ich das nämlich auch nicht mehr hochladen. Ciao, ciao.